Der Standort Hennigsdorf ist das Center of Excellence als Lead Engineering Site. Hier werden die Vor- und Kleinserien hergestellt, das Design validiert, um es dann im großen Maßstab in unseren Werken abzuliefern. Unsere Kunden entscheiden sich für Bombardier, da wir innovative Designkonzepte liefern. Jeder Kunde hat andere Anforderungen und die additive Fertigung ermöglicht uns flexibel und schnell zu produzieren. Für die Zukunft planen wir in allen Ingenieursabteilungen einen Prototyping-Drucker aufzustellen. Der Bereich Physical Integration ist Teil der Neufahrzeugkonstruktion. Unsere Aufgabe ist es, Kunden ein verwendbares Gesamtprodukt zu übergeben. Dafür muss eine Vielzahl von Komponenten und Einzelteilen zusammengefügt werden. Zum Beispiel integrieren wir ein Luftkanalsystem zur Versorgung der Motoren im Fahrgestell, sodass die entsprechende Luftmenge zur Kühlung zur Verfügung steht. Die additive Fertigung bietet für uns einige wesentliche Vorteile. Unser Ziel ist es, die Designvalidierung zu beschleunigen und Beschaffungshaltungen zu verkürzen. Dann können wir mit unserer Neufahrzeugentwicklung schneller am Markt sein. Die F900 von Stratasys bietet uns eine hohe Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit. Durch die Bauraumgröße des Druckers können wir auch große Bauteile, wie zum Beispiel den Luftkanal für den Batteriezug drucken. In unseren Zügen wird die Brandschutznorm EN 4545 verlangt. Dementsprechend müssen auch die gedruckten Bauteile diese Norm erfüllen. Wir arbeiten ständig an neuen Materialien und Zertifizierungen, um neue Anwendungsbereiche zu ermöglichen. In der Zusammenarbeit mit Bombardier konnten wir so die Anforderungen nach der Brandschutznorm EN 45545 und nach einer sehr hohen Festigkeit des Materials mit Ultem und Pack erfüllen. Im Einzelnen wird durch H&M die Fertigung von Komponenten beschleunigt und damit die Gesamtfunktionalität abgesichert. Die Verfügbarkeit von Bauteilen ist besonders im Bereich Service von großer Bedeutung. Durch H&M können wir schneller auf Kundenwünsche, aber auch auf nicht mehr verfügbare Teile reagieren. Zusätzlich haben wir durch H&M die Möglichkeit zur individuellen Anpassung von Bauteilen und können flexibler produzieren. Mit der F900 drucken wir die unterschiedlichsten Bauteile. Beim Luftkanal am Batteriezug waren wir in der Lage, die Lieferzeit von vier Monaten auf vier Wochen zu reduzieren. Im Engineering konnten wir die Zeit im Designprozess von der ersten Idee bis zum Funktionsmuster in ca. 30-40% reduzieren. Und dies bei einer deutlich gesteigerten Qualität. Damit bauen wir Wissen um neue Fertigungsmöglichkeiten auf, welche uns im internationalen Wettbewerb Vorteile verschaffen werden. Durch den zielgerichteten Austausch wissen wir um die technischen Möglichkeiten und Stratas ist um unsere Anforderungen. Dabei ist Stratas ist ein sehr kompetenter und verlässlicher Geschäftspartner. hurú Wissen um die Zeit wird ge mutter, was der Fall immehrarbeit. Und wir werden im Sägen nach drei Minuten auf die Zeit von der Wettbewerbe Ouch ein. Wir werden in der Zeit der Wettbewerbe durch das Wettbewerbe aus.